...ins Wanken. Weiterhin bedrohen die Germanen die Nordgrenzen des riesigen Reichs. Trotzdem kommt es in der Spätantike zu einer Blütezeit. Würde Rom diese ständigen Bedrohungen überleben, Untergangsvisionen machten sich breit und die Gemeinde der Christen wuchs beständig. Als Reaktion auf die Gefahr aus dem Norden und Osten umgibt sich Rom Ende des dritten Jahrhunderts mit einer gewaltigen Stadtmauer. Noch heute markiert sie die einstige Größe, auch mit ihren majestätischen Toren wie der Porta San Sebastiana. Die Mauer ist über 19 Kilometer lang und verläuft auf der bereits von Kaiser Marc Aurel mit Steinen markierten Zollgrenze. Ihr Bau verleiht Rom wieder enormes Prestige. Längst haben die volkreichen germanischen Stämme mit ihrem Kampfgeist die Überlegenheit der Römer in der Waffentechnik und Taktik wettgemacht. Sie nutzen die Gunst der Stunde. Der Niedergang des Vielvölkerstaates scheint unaufhaltsam. Eine Wirtschaftskrise erschüttert das Reich. Es fehlt an Bauern und Soldaten. Unter den häufig wechselnden Soldatenkaisern, die vom Heer ausgerufen werden, herrschen chaotische Verhältnisse. Im Stadtbild der Metropole hinterlassen sie wenig öffentliche Monumente. Die Familie der Gordiane errichtet sich einen riesigen Palast mit Mausoleum. Als 13-Jähriger kommt Gordian III., einer der sogenannten Kinderkaiser, an die Macht. Um den Mangel an Soldaten auszugleichen, führt er seine Kriege mit gotischen und westgermanischen Hilfstruppen. Mit Kaiser Aurelian beginnt die Wende. Er lässt die Aurelianische Mauer hochziehen. Sie umschließt jetzt auch den heutigen Stadtteil Trastevere. Nach langer Zeit wird wieder ein öffentliches Bauwerk von großer Beständigkeit errichtet. Aurelian wird dafür gerühmt, dass er im Zweikampf rasch sein Schwert zieht und eigenhändig seine Gegner erledigt. Und er verpasst Rom ein neues Image. Die Stimmung in Rom ist nicht mehr auf dem Tiefpunkt. In der Finanzpolitik setzt der Kaiser einen Meilenstein. Er lässt die öffentlichen Schuldbücher verbrennen und tilgt dadurch die Steuerschulden. Ein Neuanfang ist gemacht. Auch gegen die Feinde an den Grenzen ist er erfolgreich. Für die Versorgung der Plebs setzt sich Aurelian ebenfalls ein. Er lässt nicht nur kostenlos Brot an Bedürftige verteilen, sondern auch Fleisch, Öl und verbilligten Wein. Rom bildete das Zentrum eines perfekt organisierten globalen Handelsnetzes. Da kam die Seide aus China, das Getreide aus Afrika, die Gewürze aus Asien. Man errichtete gigantische Lagerhäuser und große Marktanlagen. Das Phänomen ist nicht zu erklären ohne die Einführung des bargeldlosen Warenverkehrs. Und das alles hat eine Schattenseite. Am Ende war Rom vom Import abhängig. Obst reicht man zum Dessert. Getrocknet oder mit Honig kandiert werden die Früchte haltbar gemacht. Auf Märkten werden Agrarprodukte auch von Bauern aus der Umgebung angeboten. An der Mündung des Tiber nimmt Ostia mit seinem Hafen und seinem Leuchtturm einen großen Aufschwung. Aus aller Herren Länder segeln Schiffe hierher im Konvoi mit Begleitschutz gegen die Piraten. An riesigen Kai-Anlagen legen sie an. In gigantischen Lagerhallen werden die Waren auf kleinere Schiffe umgeladen für den Transport auf dem Tiber. Bis zu 60.000 Menschen leben in der Blütezeit in Ostia, einer Vorstadt von Rom. Wie in der Metropole werden hier Hochhäuser mit Balkonen aus dem Boden gestampft. Auf Dachgärten blühen Blumen. In repräsentativen Wohnhäusern leben die Reichen. Dem Einfallsreichtum der Innenarchitekten sind keine Grenzen gesetzt. Neben prachtvollen Wandmalereien schmücken Teppiche, purpurne Decken, Antiquitäten und erlesene Möbel aus sündteurem Zitrusholz das Ambiente. Prunkvolle Mosaiken unterstreichen die Exklusivität. In der Nähe der Küche befinden sich in den Häusern der Wohlhabenden oft die Toiletten. Das Kolosseum fasste über 50.000 Menschen. Und bisher hat die Forschung nicht eine einzige Toilette nachweisen können. Wir wissen auch, dass die Mietshäuser so etwas nicht besaßen, sondern da waren Eimer unter den Treppenabsätzen. Und außen auf den Wänden, da stand, bitte pisse nicht hierhin, sondern an die Wand des Nachbarn. Andererseits gab es schicke, privat finanzierte Latrinen. Und da saß man gemeinsam, Männlein und Weiblein, und konnte sich ganz nett unterhalten. Öffentliche Toiletten sind also keine stillen Örtchen. Ein enormer hygienischer Fortschritt. Die Fäkalien werden unter den Marmorbänken vom Wasser hinweg geschwemmt. Der im Urin enthaltene Ammoniak ist für Gerber wertvoll. Dafür fordert der Kaiser eine Latrinensteuer, um die Staatsfinanzen aufzubessern. Davon leitet sich das Sprichwort ab. Geld stinkt nicht. In riesigen Becken wird die Wäsche gewaschen. Durch das Stampfen mit den Füßen reinigen Sklavinnen die Kleidung im warmen Wasser. Zur Infrastruktur in Ostia gehört natürlich auch ein Stand für den Fischverkauf mit einem Tisch aus Marmor. In einem Wasserbecken schwimmt das lebende Getier, um die Käufer anzulocken. Meerestiere kommen frisch auf den Tisch, wie Austern von der Atlantikküste in Salzwasserbottichen. Das Angebot ist reichhaltig. Tintenfisch, Languste, Moräne, Meerbarbe und Streifenbarbe. Alles, was das Herz begehrt, wird angepriesen. Um auch im stürmischen Winter frische Meerestiere genießen zu können, leisten sich passionierte Feinschmecker für ihre Luxusvillen ein teures Hobby. Raffiniert gebaute Becken verfügen über Kanäle zum Meer für die Fisch- und Austernzucht. Grundstücke im Zentrum sind wahre Goldgruben. Ein ideales Parkett für Immobilienhaie. Diese verstoßen gegen die Bauordnung und ziehen Häuser auch über die genehmigte Höhe von 18 Metern hoch. Gegen die Bauspekulation erlässt der Kaiser Gesetze zugunsten der Mieter. Oft verzichtet man auf Architekten, um den Profit hochzutreiben. Dann kommt es mitunter zum Einsturz der Häuser. In Rom wurde heiß saniert. Spekulanten sorgten dafür, dass die Mieter verjagt wurden aus Häusern, die alt waren. Man erneuerte durch Luxussanierung, verdoppelte, verdreifachte, vervierfachte den Preis. Es wurde ganz mächtig gefuscht. Fundamente wurden nicht richtig gegossen. Die Fachleute waren nicht beteiligt. Bei so manchem Weg durch Rom musste man einen Umweg machen, denn da brannte es gerade oder in der Nacht war ein Haus zusammengebrochen. Über die Jahre, über die Jahrhunderte wurden die Mieten in Rom immer teurer. Das antike Rom war eine teure Stadt. Ganz wie heute auch. Mit Kaiser Diokletian bricht eine neue Epoche an. Er teilt sich mit drei anderen Regenten die Herrschaft. Er führt auch ein orientalisches Hof zeremoniell ein, wie den Fußfall vor dem Kaiser. Außerdem schickt es sich jetzt bei Hofe, prachtvoll mit Edelsteinen und goldverzierte Seidengewänder zu tragen. Gegen die Inflation setzt Diokletian eine Münzreform durch. Eine Art Währungsreform. Um das Volk vor Wucherern zu schützen, erlässt er ein Preis-Edikt. So setzt er Höchsttarife, zum Beispiel für landwirtschaftliche Produkte und Handwerkerleistungen fest. Insgesamt etwa 1400. Mit diesen Neuregelungen gelingt es Diokletian, für kurze Zeit die Krise im Reich aufzuhalten. So leitet er ein großes Restaurierungs- und Neubauprogramm ein. Für die Öffentlichkeit errichtet er ein riesiges Hallenbad für etwa 3000 Besucher, die Diokletiansthermen. Ein herausragendes Projekt, das wieder einmal der Hauptstadt glänzendes Ansehen verleiht und eine Erneuerung Roms in die Wege leitet. Architekten und Ingenieure eilen von Baustelle zu Baustelle. Allerdings verliert Rom seine alte Stellung als Verwaltungsmittelpunkt, zunehmend an Mailand, später an Ravenna. Zur Ausstattung der Thermen des Kaisers Caracalla gehörten massive Granitbecken. Heute sind sie in prachtvolle Brunnen auf der Piazza Farnese integriert. Reminiszenzen an die luxuriöse Badekultur der Römer. Das Marsfeld war ein einziger riesiger Freizeitpark. Dort standen die großen Badeanlagen, die Sportarenen. Am Vormittag hatte man gearbeitet. Mittags ein wenig gegessen, Siesta gemacht. Und jetzt traf man sich zum Schwitzen, zum Schwimmen, zum Ballwerfen, zum Diskuswurf. Vor allem aber zum Joggen, denn das war die angesehene Sportart. Wichtig war, dass man zu einem der ganz großen abendlichen Events eingeladen wurde. Die große Aula der Trajans Thermen entstand zu Beginn des zweiten Jahrhunderts. Ursprünglich war das Mauerwerk der Bibliothek mit Marmor verkleidet. In den Nischen befanden sich einst Holzschränke zur Aufbewahrung von Buchrollen. Vor kurzem machte man eine spektakuläre Entdeckung, die einzigartig ist. Die auf Ziegel gemalten Zeichen entpuppen sich als Datumsangaben. Sie spiegeln die Tagwerke der Handwerker wieder. Ein Arbeitstagebuch, fast wie für die Ewigkeit. Es gab mehrere Mannschaften von Arbeitern. Jedes Team musste einen bestimmten Abschnitt des Mauerwerks errichten. Wahrscheinlich, um am Ende jeden Tages zu belegen, welches Arbeitspensum sie abgeschlossen haben, hat jeder Vorarbeiter das Datum auf die Mauer gepinselt. Die etwa 60 Datumsangaben beleuchten in einzigartiger Weise den raschen Fortschritt auf der Baustelle. In gut einem Monat haben zehn Mannschaften von Handwerkern das Mauerwerk des 15 Meter hohen Gewölbes im Akkord hochgezogen. Eine sensationelle logistische Leistung. Die roten Zeichen gewähren zudem einmalige Einblicke in die Organisation einer Großbaustelle. Hier in dieser Aula liegt also das Kulturzentrum der Trajansthermen. Auf Stufen sitzend, nicht an einem Tisch, lauschen Besucher öffentlichen Lesungen. Ein Wachstäfelchen und eine Papyrusrolle gelten als Statussymbole eines intellektuellen Ehepaars. Auf dem Gelände der Trajansthermen erstreckt sich neben Sportplätzen, einem großen Schwimmbassin und unterschiedlich temperierten Badebecken auch ein riesiges Wasserreservoir. Von einem Aquädukt kommend sprudelt das kostbare Nass in einem großen Wasserfall hier herein. Wir befinden uns hier in dem großen Wasserspeicher der Sette Saale. In diesen Räumen, die in Wahrheit neun sind, auch wenn der mittelalterliche Namen Siebensäle lautet, wurde das Wasser gespeichert, das die daneben liegenden Trajansthermen versorgte. Die Thermen liegen in diese Richtung und das Wasser kam vom Esquilin hierher. Die Sedimente legten sich an den Wänden und Böden ab, wie man es auch hier sieht, und das Wasser trat in dieser Richtung wieder aus, um zu den Trajansthermen zu gelangen. Mit der Erfindung des wasserfesten Putzes erst gelingt es, solche gigantischen Wasserbauwerke zu fundamentieren. Vom Leben in den Caracalla-Thermen erzählen die Mosaiken mit Athleten. Hier treffen sich Diskuswerfer, Sieger mit Palmzweig und Krone, Speerwerfer, Faustkämpfer und Ringer. Die mit Metall verstärkten Schlagringe demonstrieren die Brutalisierung der Wettkämpfe. Mit einer kleinen Palme geben die Schiedsrichter Signale. Die Caracalla-Thermen sind luxuriös ausgestattet. Wie die anderen öffentlichen Badeanlagen bieten sie Entspannung pur. Sie dienen nicht nur der Hygiene, sondern sind Wellness-Tempel, in denen man sich mit Freunden vergnügt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Sport zu treiben und sich vielleicht sogar in einer Schönheitsfarm massieren und verwöhnen zu lassen. Entlang des Tiber lodern die Flammen aus unzähligen Ziegeleien. Es herrscht Hochbetrieb. Die rastlosen Aktivitäten der Sklaven haben jedoch kaum Spuren hinterlassen. Sie sind in den Überschwemmungen des Tiber für immer untergegangen. Die Auftragsbücher sind voll. Die Bauunternehmer warten auf ihre Bestellung. Vorräte an Ziegeln und an Marmor sind in Zeiten des Baubooms ein großer Standortvorteil. Die Stempel verraten, ob Ziegelfabriken im Besitz des Kaisers oder sogar von Kaiserinnen und von Privatpersonen waren. Sie entschlüsseln auch das Alter von Bauwerken. Mit Hilfe eines Krans, den Arbeiter mit einem Rad antreiben, werden die Lasten in schwindelerregende Höhen gehievt. Dieses Relief spiegelt die Selbstdarstellung eines prominenten Bauunternehmers wieder. Dieser ist in einer Zunft organisiert, die bis zu 1500 Mitglieder hat. Der Baulöwe aus der Familie der Hateria präsentiert sich stolz mit seiner Gemahlin. Auf dem Palatin liegt die begehrteste Spielwiese vieler Baulöwen. Hier können sie sich nach dem Willen des Kaisers verwirklichen. Die Bühne für die Selbstinszenierung zu bereiten, das ist für Architekten eine echte Herausforderung. Nach dem Motto, kann es noch einen Hauch luxuriöser sein? Wir haben, denke ich, ganz überraschende neue Erkenntnisse eben zu den Frühphasen, sodass wir heute davon ausgehen, dass es nicht der Privatbereich des Kaisers war, sondern weitere Festräume war, wo der Kaiser mit vielleicht sogar ausgesuchten, besonderen Gästen sich zurückziehen konnte. In einem Ambiente mit großen Fenstern, die sich zu einem großen Wasserbecken geöffnet haben, das natürlich auch gerade im heißen Sommer eine ganz besondere Atmosphäre, kühle Atmosphäre hier vermittelt hat. In den Nischen stehen Klinen, auf denen Gäste oder Gesandte im Liegen dinieren und sich am luxuriösen Ambiente erfreuen. Für größere Abendveranstaltungen stehen hier Bankettsäle zur Verfügung, die nichts zu wünschen übrig lassen. Mit grandiosem Ausblick in eine grüne Oase, mitten in der Stadt. Nichts überlassen die Gärtner dem Zufall. Sie formen aus Büschen fantasievolle Kopien von Statuen. Jeder Kaiser will sein Renommee steigern. Mit dem Ehrgeiz, seinen Vorgänger zu übertreffen. Höher, prunkvoller und mit noch mehr Außenwirkung. Ich sitze jetzt hier im sogenannten Gartenstadion. Das war ein weiterer riesiger Hof in Form eines Stadions, deshalb der Name. Auch wieder mit Wandelhallen, schattige Gänge, in denen man um einen riesigen Innenraum laufen konnte, den man sich wahrscheinlich sehr begrünt vorstellen muss. Vielleicht auch mit Vogelvolieren, vielleicht mit wilden Tieren, auch in Käfigen. Und dann gab es diese riesige Exetra, eine Halbrundnische, die fast so groß ist wie die Exetra in das Augustusforum. In den Nischen muss man sich wahrscheinlich Statuen vorstellen, die die Größe des Kaiserhauses wiedergespiegelt haben. Bei ihren Untersuchungen haben die Bauforscher die Paläste neu vermessen, haben dabei Baufugen und den Dekor unter die Lupe genommen. Außerdem Ziegelstempel aufgespürt und den Mörtel analysiert. So schreiben sie die Geschichte des Palästin neu. Diese Exetra, die sich so wie ein offener Arm zum Zirkus hin öffnet, ist nach eindeutigen Hinweisen erst Anfang des 2. Jahrhunderts, wahrscheinlich unter Kaiser Dreiern errichtet worden. Ebenso wie diese Brücke, die den Palast direkt mit einer Loge des Kaisers im Zirkus verbunden hat. Der Kaiser konnte also direkt aus seinem Palast im Zirkus auftauchen und sich der wahrscheinlich jubelnden Menge präsentieren. Später wird eine Plattform in Richtung Zirkus Maximus vorgeschoben, um Platz zu schaffen für neue Termen. Die hohen Räume im Untergrund dienen wohl der Infrastruktur. Nachdem seine Vorgänger nie die Metropole besuchten und von neuen Residenzen aus herrschten, setzt Maxentius Anfang des 4. Jahrhunderts wieder neue, städtebauliche Akzente auf den Palatin. Die Anbauten des Maxentius, über einer dreigeschossigen Schaufassade schwebend, sind gekrönt von einem Aussichtspunkt auf den Zirkus Maximus, einem Belvedere. Auch auf dem Forum Romanum verewigt er sich. Die riesige Maxentius-Basilika, wo auch das Gericht tagt, verfügt in ihrem Mittelschiff über eine Audienzhalle. Durch große Glasfenster flutet das Tageslicht ins Innere. Das Dach ist mit vergoldeten Schindeln gedeckt. In den Seitenschiffen lassen kühne Kuppelkonstruktionen mit Kassettendecken das prachtvolle Aussehen erahnen. Die Maxentius-Basilika inspiriert später auch Kirchenbaumeister. Der Gegenspieler von Maxentius ist sein Schwager Konstantin, der seine Jugend am Hofe Diokletians verbringt. Sein mehr als zwei Meter hohes Porträt strahlt das Selbstbewusstsein des Herrschers aus. Der Sohn eines Regenten wird als hoher Offizier von seinen Soldaten zum Kaiser des Westreiches ausgerufen. In der Schlacht an der Milvischen Brücke in Rom besiegt er Maxentius. Man fischt die Leiche des Maxentius aus dem Tiber und bringt seinen abgeschnittenen Kopf in die Stadt. In der Nacht vor der Schlacht soll Konstantin ein christliches Zeichen im Traum erschienen sein. In diesem Zeichen wirst du siegen, verkündet ihm eine Stimme. Dieser göttlichen Verheißung verdankt er den Sieg, so die Propaganda. An diese bahnbrechende militärische Entscheidung erinnert der Konstantinsbogen. Im Jahre 313 verkündet Konstantin im Mailänder Edikt die allgemeine Religionsfreiheit. Der Weg ist bereitet für die Staatsreligion des Römischen Reiches. Es ist ein radikaler Wendepunkt der Weltgeschichte, der Europa bis heute prägt. Die Reliefs bricht man teilweise aus älteren Monumenten heraus, um die enorme Nachfrage zu erfüllen. Nun verleiht Konstantin Rom ein vollkommen neues Erscheinungsbild. Konstantin ist der Sohn einer einfachen Frau, die mit einem der vier Regenten eine Liaison einging. Ihr Name ist Helena. Von seiner Gemahlin Fausta angestiftet, lässt Konstantin seinen Sohn umbringen. Später ermordet er auch seine Frau. Das empört die Römer. Konstantin präsentiert sich jedoch gleichzeitig als Stellvertreter Christi auf Erden. Was er allen Bürgern, auch Nichtchristen, ans Herz legt, der Kirche Erbschaften zu vermachen. Verfolgte finden nun in Kirchen Asyl und die Tempelschätze lässt er vom Fiskus einziehen. Vermutlich wird an seinem Hofe schon das Weihnachtsfest, allerdings am 25. Dezember gefeiert. Dem Papst Melchiades stiftet Konstantin das Gotteshaus San Giovanni in Laterano. Zahlreiche weitere Kirchen lässt er auf seinem eigenen Grund oder dem des Staates erbauen. Außerdem verschenkt er kostbares Inventar wie liturgische Geräte aus Gold und Silber. San Giovanni in Laterano wird die Kirche des Papstes, des Bischofs von Rom. Im Baptisterium tauft man die Gläubigen durch Exorzismus und dreimaliges Untertauchen. Seine Architektur wird zum Prototyp der Taufkapellen. Am beliebtesten ist die Taufe an Ostern, dem höchsten Kirchenfest, das man auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsmond festlegt. In einem Rundbrief macht Kaiser Konstantin diese Botschaft im ganzen Reich publik. Diese Tradition währt bis heute, ebenso wie das von Konstantin erlassene Gesetz zur Sonntagsruhe. Streit und Arbeit soll man unterlassen. Nur die Bauern dürfen ihre Ernte einbringen, wenn das Wetter es nötig macht. In der Kirche Santa Croce in Jerusaleme sind noch die Mauern des Palastes der Helena verborgen, der Mutter Konstantins. Im Traum soll ihr die Vision vom Kreuz Christi erschienen sein, so die spätere Legende. Splitter des Kreuzes gelangen als Reliquien in die Kirche Santa Croce und ziehen Wallfahrer an. Das ist der Beginn des Pilgerwesens. Helena wird als Heilige verehrt. In diesem Porphyrsarkophag bettet man sie in einem Mausoleum zur letzten Ruhe. Dass der wertvolle Sarg wohl ursprünglich nicht für sie gedacht war, belegen die kriegerischen Reliefs. Eintauchen in die Katakombe der heiligen Tekla. Über diese Märtyrerin gibt es keine historischen Nachrichten. Vermutlich gehört sie zum Gefolge des Paulus, denn die Katakombe liegt unweit seiner Basilika. Wandmalereien mit den zwölf Aposteln ziehen den Eingang zu einer Kammer. Als Auftraggeberin dieses Kubikulum, dieser Grabkammer, haben wir eine Frau erkennen können, die wohl der kulturellen Elite der Stadt angehörte. Diese war besonders modern, was Glaubensformen anbelangt. Wahrscheinlich gehörte sie dem Kreis des heiligen Hieronymus an, wo sich klösterliche Lebensformen ausgebildet hatten, besonders weibliche. Daher war diese Auftraggeberin möglicherweise in diesen Kreisen eingebunden. Spektakuläre Entdeckungen kommen hier ans Tageslicht. Die ältesten Porträts von Paulus, Petrus, Andreas und Johannes aus dem 4. Jahrhundert. Überall in den Friedhöfen verbreiten sich nun christliche Symbole. Die Apostel Petrus und Paulus bilden das Fundament der römischen Kirche. Die christliche Gemeinde wächst sehr schnell. In der Wissenschaft ist dieses Phänomen noch nicht geklärt, denkt man an die intensive Verfolgung der Christen unter den frühen römischen Kaisern. Es wird dann aber Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert den Glauben, den christlichen Glauben legalisieren und einen Bauboom initiieren. Auf eigenem Grund lässt er die ganz wichtigen großen Kirchen Roms errichten. Später, um 400, wird der christliche Glaube zur Staatsreligion. Es wird dann noch 200 Jahre dauern, bis die letzten heidnischen Tempel geschlossen sind. Die Kirchen bestimmen nun das Stadtbild Roms. Auf dem Aventin strahlt Santa Sabina noch die ursprüngliche Aura eines frühchristlichen Gemeindehauses aus. Die Kirche in Rom verfügt über enormen Grundbesitz, auf dem Bauern für den Unterhalt der Gotteshäuser sorgen. Nach dem Kaiser steigt sie allmählich zur reichsten Institution auf. Während die kaiserlichen und städtischen Einrichtungen später zunehmend in der Bedeutungslosigkeit versinken, erfüllt die Kirche immer mehr weltliche Aufgaben. Sie investiert ein Viertel ihrer Ausgaben in soziale Projekte. Santa Sabina geht wohl auf die Stiftung eines Gemeindevorstehers mit Namen Petrus aus Dalmatien zurück. In Konzilien werden Regelverstöße aufgelistet, die ein Licht auf die herrschenden Missstände werfen. So schließt man Priester von der Weihe aus, die sich kastrierten, um ihre Lust abzutöten. Außerdem ist es Priestern nicht erlaubt, die Prügelstrafe eigenhändig zu vollziehen. Aus Dankbarkeit für Wohltaten oder in der Hoffnung auf Gunst und Vergebung vermachen viele Christen ihr Erbe Geistlichen. Der Kirchenvater Hieronymus stellt Priester an den Pranger, die bei Witwen Erbschleicherei betreiben. Kaiser Valentinian erklärt sogar Testamente für ungültig, die am Totenbett unterschrieben werden. Damit will er dem finanziellen Ausbluten senatorischer Familien entgegenwirken. Viele Gläubige strömen am Apostelfest nach Rom. Dabei fließt wohl auch reichlich Alkohol, was der Kirchenvater Augustinus kritisiert. Und der Wein lässt auch manchen Besucher vom rechten Weg abkommen. In 46 Bordellen können sie ihre amorösen Abenteuer ausleben. Für die weniger betuchte Kundschaft bietet sich auch in den zahllosen, als Tavernen getarnten Etablissements eine Auswahl an Dirnen. Hier herrscht eine verruchte Atmosphäre. Leichte Mädchen sind ebenso geduldet wie Homosexuelle. Der Liebeslohn entspricht etwa einem halben Liter Wein. Die Herren der Oberschicht lassen Edelprostituierte in ihre Villa kommen. Daneben gibt es auch gebildete Kortisanen, die reiche Liebhaber betören und sich von ihnen aushalten lassen. Damen der Gesellschaft widmen sich gerne der Schönheitspflege. Mit Lidschatten oder Lidstrich betont man die Augenpartie. Um Falten vorzubeugen, baden sie in Eselsmilch. Auf einem Puder aus Bleiweiß trägt man Rouge auf. Haarkünstler kreieren komplizierte Frisuren, auch mit der Brennschere. Weil er es versteht, sich mit großem Charme reichen Damen zu nähern und sie dazu bewegt, ihre Geldbörsen zu öffnen, erhält Papst Damasus den Spitznamen Ohrlöffel oder Ohrwurm der Matronen. Dieser wohlhabende, weltoffene und lebenslustige Bischof von Rom bringt im 4. Jahrhundert frischen Wind in die Kirche. Als erfolgreicher Politiker und Patriot würdigt Damasus auch seine Vorgänger. Mit selbst verfassten Gedächtnisinschriften setzt der Papst ihnen ein Denkmal. Nachdem die offizielle Kirchensprache noch lange Griechisch war, wird die Liturgie unter Damasus endgültig in Latein gefeiert. Dunkle Zeiten brechen an. Auf der Stadtmauer hält wohl auch der Papst bange Ausschau, als die Westgoten heranstürmen. 410 plündern sie Rom unter ihrem König Alarich. Der Fall der Metropole der zivilisierten Welt trifft die Menschen bis ins Mark. Die Heiden erklären dies als Strafe für die Abkehr vom alten Glauben. Dagegen argumentiert der heilige Augustinus in seinem Werk über den Gottesstaat, alles Irdische sei vergänglich. Das einzig Erstrebenswerte sei das kommende Himmelreich. Untergangsvisionen machen sich breit. Um diesen entgegenzutreten, verbrennt der germanische Heermeister Stilicho die sibyllinischen Bücher. Jahrhundertelang hatte man diese Orakelsprüche geheim gehalten, um in Krisenzeiten die richtigen Vorkehrungen zum Wohle Roms zu treffen. Aberglaube und Wahrsagerei haben im alten Rom sogar die wichtigsten politischen Entscheidungen bestimmt. Wollte man die Zukunft bestimmen, hat man nicht im Kaffeesatz gelesen. Man hat eine Leber aufgeschnitten. Die Christen übernehmen diesen Aberglauben. Wir finden an den alten Häusern einen Phallus direkt am Eingang als übel abwehrendes Symbol, als Glücksbringer. Und so mancher Forscher geht davon aus, dass das berühmte Kornow, das auch heute noch für die Italiener Glück verheißt, von diesem Bild abstammt. Noch in der Spätantike werden etruskische Wahrsager zu Rate gezogen. Zur Abwehr des bösen Blicks, der impotent macht, ist christlicher Gegenzauber erlaubt. Gewisse Krankheiten und Verhaltensstörungen führt man auf Besessenheit zurück. Mit Hand auflegen behandelt sie der Exorzist. Ölampullen aus dem Heiligen Land erfreuen sich als Mitbringsel bei Pilgern besonderer Beliebtheit. Um 400 leben sogar in der Umgebung des Kaisers noch Heiden. Quinto Aurelio Simacho, Stadtpräfekt und Konsul, gehört einer alten Aristokratenfamilie an. Als Mäzene wirken die einflussreichen Redner und Politiker der Simachi und verteidigen immer noch ihre heidnischen Traditionen. Ein halbes Jahrhundert nach den Westgoten bedrohen die Hunnen das bereits dann niederliegende Reich. Doch Papst Leo dem Großen gelingt es, den Hunnenkönig Attila abzuwehren. Nicht mehr die Kaiser, sondern die Päpste übernehmen nun in unsicheren Zeiten das Steuer. Als wenig später die Vandalen unter ihrem König Geiserich Rom erobern, kann sie Papst Leo von Mord und Brandschatzung abhalten. Für Leo sind nicht mehr Romulus und Remus die wahren Begründer Roms, sondern Petrus und Paulus. Die Stadt entvölkert sich. Der letzte weströmische Kaiser, Romulus Augustulus, bereits zur Marionette degradiert, wird im Jahre 476 vom germanischen Heerführer Odoaca vom Thron gestoßen. Nun übernehmen Germanen die Herrschaft. Dennoch werden vorher noch einmal gewaltige Anstrengungen unternommen, um in unsicheren Zeiten Zeichen zu setzen. Grandiose Gotteshäuser werden aus dem Boden gezaubert. Santo Stefano Rotondo, ein wahrer Solitär der Baukunst. Ein Meilenstein im Stadtbild. Als einzigartiger Rundbau entworfen, zeigt er jedoch heute nicht mehr seine einstige Größe. Wie San Giovanni in Laterano, so liegt Santo Stefano Rotondo über einer römischen Kaserne, in der ein alamanischer König wohl seine letzten Tage verbrachte. Da Architektur und Ausstattung so überaus erlesen sind, ist wohl der Gründer Papst Leo der Große. Wer den kaiserlichen Grund gestiftet und den kostspieligen Marmor finanziert hat, ist ungewiss. Später rettet ein Papst Reliquien zweier Märtyrer aus den verfallenen Katakomben und errichtet in Santo Stefano Rotondo für sie einen prachtvollen Altarraum. Die Sitte, Altäre mit Reliquien auszustatten, nimmt hier ihren Anfang. Während öffentliche Bauten zunehmend ihre Funktion verlieren, bestimmen nun monumentale Gotteshäuser das Gesicht der Stadt. Auf dem vatikanischen Hügel lagen einst der Park und der Zirkus des Nero. An den alten Zirkus erinnert noch der Obelisk. Hier erleidet Petrus sein Martyrium und hier findet er in der Nekropole seine letzte Ruhestätte. Ein bescheidenes Märtyrerheiligtum zwar, aber restauriert, mit Segenswünschen versehen und in Ehren gehalten. Die Geburtsstunde der Basilika St. Peter schlägt schon zu Zeiten Kaiser Konstantins. Im Mittelalter erfährt sie eine grandiose Wiedergeburt als Petersdom in einer neuen Raumschöpfung. Unter Berufung auf Petrus und Paulus steigt der Bischof von Rom zum Papst der Christenheit auf. Unter seiner Ägide spielt Rom seine weltbeherrschende Rolle weiter. Aus dem römischen Staatswesen übernimmt der Papst nicht nur den Titel Pontifex Maximus, auch sein Urkunden und Kanzleiwesen, die Unterschrift mit roter Tinte, sowie die Verwendung des Weihrauchs und der Kniefall haben römische Wurzeln. In der christlichen Liturgie und der tradierten Literatur überleben die lateinische Sprache und Kultur. Die Strahlkraft der ewigen Stadt.